Ein Projektleiter oder Projektmanager ist ein Manager, der für das Projektmanagement verantwortlich ist. Als Projektleiter sind Sie für die erfolgreiche Realisierung eines Projektes verantwortlich. In der Regel ist der Projektleiter für verschiedene Projektmitarbeiter verantwortlich, die Teil des Projektteams sind. Die meisten Organisationen setzen Projektleiter ein, weil sie sich mit großen und meist komplexen Projekten auseinandersetzen müssen, die gut gemanagt und betreut werden müssen. Die wichtigsten Wörter für einen Projektleiter sind Management, Delegation, Kontrolle und Leistung. Vor allem Leistung kann als wichtiges Wort angesehen werden, denn in den meisten Fällen haben Projekte ein bestimmtes Enddatum, nachdem das Projekt abgeschlossen sein muss. Ein Projektleiter kann als Manager angesehen werden, mit dem Unterschied, dass ein Projektleiter manchmal ein temporärer Manager ist. Zwar wird einem guten Projektleiter in der Regel auch die Verantwortung für neue Projekte übertragen, wenn ein Projekt erfolgreich abgeschlossen wird. Der Beruf des Projektleiters muss sehr allgemein gesehen werden, da Projektleiter in verschiedenen Sektoren auf unterschiedliche Weise arbeiten können. Es stimmt, dass alle Projektleiter letztlich für Projekte verantwortlich sind. Der Beruf des Projektleiters ist nicht zu unterschätzen, denn das erfolgreiche Management von Projekten kann in einigen Fällen als schwerer Arbeit angesehen werden. Darüber hinaus werden ein Projektleiter in der Regel nach den erzielten Ergebnissen beurteilt. Mit anderen Worten, ein Projektleiter muss Leistung erbringen, um für neue Projekte in Frage zu kommen. Als Projektleiter ist es wichtig, verschiedene Mitarbeiter koordinieren und managen zu können.